Heute wird es mal wieder etwas bunter im Kalender. Es geht wieder, wie man am Tape sehen kann, ein bisschen in Richtung Herbst, aber eben halt auch nicht ganz, sondern so eine Mischung, da die Blätter diesmal nicht in klassischen Herbstfarben sind, sondern blau. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So sieht jetzt die aktuelle Woche aus. Es ist Herbst, aber irgendwie auch wieder nicht. Es sind Blätter, Wald und eine ganz, ganz bunte Mischung, die vielleicht irgendwie zur Jahreszeit Herbst passt, aber auch nicht zwingt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!